Ich muss meinen Rollo noch runter machen, Alter, das geht mir der Tod dunkel, Alter, ich brauche mir liegt. Finde einen Freund. Hallo, meine Freunde, wo seid ihr? Oh. Du bist angegriffen. Von Kolumb. Ich bin der Grund. Äh, okay noch. Vorne doch oben. Ich hab dich. Hi Cheryl. ich habe was gefunden hier bei mir sammle die stücke müssen der karte das ist für ein streichwitz machen wir mal licht im dunklen wir haben eine aktive fähigkeit ich muss mich mal belesen ob es bessere amulette liegt hey da fährt jemand lass mich einsteigen wir sind da im auto gewesen wie du umgefallen bist wartet auf mich gib gas fahr weg fahr schnell weg fahr schnell weg wir müssen karten stücke finden wir müssen in die andere richtung wir müssen zum rafadon um die karte zusammen wir müssen hier mal rum kann ich markieren wir müssen wir müssen hab ich hey Oh, meine Angststufe ist hoch. Oh, da ist ein Auto gespawnt. Ich bin immer noch da, wo wir aufgestiegen sind. Nee, ich kann nicht fahren. Los, steig ein. Ich fahr. Ich bin oben am Gebäude. Aber oben oben ist auch noch eine fette Kiste. Ich fahr jetzt. Oh, da sind kleine Menschen drin, die sich prügeln. Da haben wir noch einen Auto gespawnt. Oh, alles klar. Ich hab ne Armbrücke. Ne blaue Armbrücke. Oh. Oh. Oh, das ist ein Auto. Oh, das ist ein Auto. Oh, das ist ein Auto. Da ist schon die Karte. ich habe ein stück gefunden sagte oder jemand ja also wir haben die eine schon heute kann man sein leben von 24 minuten ja 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 Ich habe 5 lang gelangt. Ich habe 5 lang gelangt. Pas. Ich habe mal hier gelangt. Wo ist eigentlich unser Team mit? Oh, meine Angststufe ist zu hoch! Ihr habt ein anderes schon gefunden. So ein Kramladen hier oben anscheinend. Er hat eine Kiste. Eine Sense. Wie viele Zombies kommen hier gerade? Ich bräuchte eine Knarre. Impressive Blade! Stellard, wo ist das, wo ich hin muss? Eine kleine... Oh Gott! Aber ich finde das Game macht Laune. Wie seid ihr? Schau auf die Map. Ihr seid ewig weit weg. Hey! Der hat dauerhaft angegriffen bei mir. Okay. da hinten durch weil ihr müsst auf jeden fall in den in dem bereich dann rein ich habe das erste tat habe ich schon ihr habt aktiviert die kandarien dagger all manner of evil spirits will sense their imminent doom und attack accordingly so so Ich habe mich besser übernommen. Oh, yo, alter. Pass auf eure Angststufe. Ja, ich kann nicht glauben. Ich dachte, der macht sich gar nicht mehr. Oh, Leute, ich habe keinen. Oh, ich bin tot. Wie viele, Alter? Ja. Not Temari ist gestorben. Ah, geil. Das ist eine Kiste. Das Schwert greift richtig langsam an. Ich habe Spritzen, Alter, als Waffe. Was ist denn das, Alter? Was war das? Ich habe mich so verdammt gerade erschrocken. Der Baum. Nee, der war voll ein Jumpscare gerade. Ja, hatte ich auch wollen gehabt, aber... Junge, mein Herz. Ich war auch irgendwo ein Licht. Wo haben wir denn hier irgendwo ein Licht? Hier ist Lagerfeuer. Oh, ich habe endlich eine Schrotflinte. Voila. So, ja. Was ist das für Munia? Letztes bunse ich alle um, oder? Hat jemand Gesundheit für mich? Mit einer Cola? Mit einer Pepsi? Oh Gott, Alter, was war das denn? Oh. Hat ihr das auch auf dem Bildschirm geratet? Dieses... Mit dem... Hatte ich aber vorhin gehabt. Dele war das, Mann. Oh Gott, da ist was. Hab ich? I'm so sorry. Oh shit. Oh Gott, Alter. Oh. Ich schau mal, ob die Plakade kommen. Oh, fuck. Ich würde kontrollieren, weil ich zu hoch. Angstkippe zu hoch ist. Oh, Hilfe! Was macht der? Schießt nicht auf mich! Hey, was macht der? Was macht der? Ich glaube schon. Ja, ich bin wiederbelebt worden. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, wir töten und wiederbeleben. Oh, Mann. Oh, Mann, ich bin wieder erschrocken. Hinter dir. Bei mir ist ein Feuer. Kannst du noch nicht mehr. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich bringe ein paar Kollegen mit. Das war dann genug damit. Das Schwert ist sonst so lang über... Oh. Oh. Oh, thank you, Leute. Hat jemanden... Meine Dämonenstufe wurde erhöht. Oh Gott. Ich helfe dir mit meinen Spritzen. What the fuck. Oh Mann. Gott sei Dank. Ich muss kurz ins Licht, Alter. Verreck ich. Da kommt ein Auto. Oh Gott, unser Weg, das ist ein Auto. Ach, ich will dich. los springt ich helfe dir was macht ihr denn oh lol ich bin gleich tot aber das hält nicht lange ja aber das passt schon oh das ist der oberboss hier alter o oh 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 okay können wir irgendwo lichten oh da ist noch was Was ist das? Wir haben es geschafft, Mann! Geht da eigentlich seinen eigenen Loot? Nee. Die Pumptran wurde nämlich direkt weg. Ja, die habe ich genommen. Ah, ich kann drei Punkte machen. Oh, ich brauche nicht. Ja, hier im Gebäude, ne? Wo ich stehe. Ja, in der Lampe geht's auf. Ja, da ist was drinnen. Ich habe kein Leben, aber da hat jemand Leben oder so. Oh, das ist weit. Oh, jetzt kommt ein Endbus, Leute. Oh, das ist mein Schwert. Ey, das ist mein Legendary Schwert, Alter. Ja. Aber die Flaschen hast du auch eingesammelt, oder? Ja. Ich habe alles eingesammelt. Also die Flaschen kann man selbst einsammeln. Ja, da kannst du, wenn du dein Steuerkreuz nach unten, ne? Ja. Kannst du dann die Punkte vergeben. Ja. Also nur die Waffen kriegen wir nicht. Alle. Was hast du gesagt? Sag mal deine Hände. 688 Starten habe ich dir eingegangen. Geil. Also ich bin Nahkampf komplett, Gesundheit komplett. Ich brauche nur noch Leben. Ey, wartet auf mich. Oh, der Muharras ist besessen. Wir müssen ihn töten. Oh, ich bin auch gleich. Oh, ich auch. Ich komm da nicht durch. Ich bräuchte nirgends. Hat die mir noch ein Ding zum Anzünden? Oh, ich bin besessen gleich. Ich bräuchte ein Lagerfeuer. Da oben. Gleich bin ich raus. Ein Hammer mit meiner Bräuchte zu fallen. Ja. Ich gehadi. haben wir es gleich einmal noch ich bin tot ich verblute sehr gut ich bin tot oh ich müsste es verteidigen ich sterbe nicht I'm undead Minute 3 du wirst mich nur covern das ist die stärkste schwer Okay. 40 40 40 40 40 41 42 42 42 43 43 44 44 44 45 45 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 49 49 49 50 50